Jaaa, willkommen zurück zum Let's Play von MundoBlade Warband. Ja, wir haben schon recht viele Parts. Wir sind schon weit, wir haben zwei Dörfer, also viel Geld. Wir sind ja eher langsamer, weil wir es einfach machen wollen. Ähm, ich muss schauen, was wir für Geld haben. Nein, 1.500, weil wir ja die Mühle bezahlen mussten. Ähm, ja, oh. Ich glaube, wir haben keine Quest hier. Ich geh nochmal kurz zurück. Ja, auf jeden Fall werden wir heute, ja, ich denke mal, aufpassen, aber trotzdem irgendwas Spannendes machen wie Quests. Also, ja, nicht alles zu spannend, aber wir müssen's. Und, ähm, wenn wir Krieg haben, mach ich dann immer wieder ein bisschen, äh, Soldatentod. Gut. Je nachdem. Gut. Okay, wir haben nichts. Ja, das ist immer noch das Gleiche. Hehehe. Hehehe. Also, wir müssen eine Quest bekommen hier, das ist das Wichtigste. Jetzt gehen wir vielleicht mal da durch den Wald, ja. Ist nicht so erfolgsversprechend, aber eine Banditenlage muss ich schon mal hier finden, hä? Weiß nicht, wo die umgezogen sind. Keine Ahnung. Ja, gestern ging's mir recht gut, auch wenn ich müde war. Der Livestream war richtig cool. Die Elder Scrolls Online. Ist ein tolles Spiel. Und, ähm, ja, jetzt bin ich hier ja wieder am Regnum spielen. Mehr spielen. Ich will ja hochleveln, dass wir hier einfach die Schlachtenden wieder machen können. Und auf unschiedliche Weise. Ja, das bietet ja sehr viel Abwässerung in der Regnum. Hier natürlich auch. Ja, Readin wurde wieder belagert. Jetzt nicht mehr. Hm. Da haben wir ein Banditenlager. Da ist wahrscheinlich das Ding, oder? Wie schwierig, nur 2,3 sind wir jetzt. Okay, wir besiegen jetzt mal die da, hä? Die können wir einholen. Sehr gut. Was holt das fort? Jo. So. Aber vor allem... Persönlich geht's mir einfach wegen der Kraft und so wieder gut. Nicht mehr so krank. Und mein Pfad ist auch am hämmern. Dankeschön. Ich kann nie still sein. Nie. Schlachten! Und wie, weil's da warst. Ich mach nachher mein... Nee, nee. 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 Bleibt hier. Ich bin so stark geworden. Der ist mein. Schön. Sehr schön. Ja. Das gefällt mir. Ja. Jetzt haben wir voll. Hä? Wir müssen vielleicht nochmal... Äh... Sklaven... Hoch treiben. Ähm... Sklaven... Weiß auch nicht, was es war. So. Was haben wir denn hier? Ein Lederwarmdicks. Das ist das... Beste. Gut. Schön. Also, machen wir hier... Ja, der Waffenknecht machen wir jetzt nicht. Rolldocks Scharfschütze noch einmal. Hä? Ähm... Ich möchte da schauen. Gefangenenhandhabung. Stimmt. Darum kam ich nicht drauf. Hm. Ähm... Ja, wir müssen... Äh... Charisma jetzt nehmen. Charisma. Hä? Gut. Dann haben wir das. Jetzt müssen wir da die... Das Lager suchen. Wo hätten wir das Banditenlager? Denn schön bitte. Das muss hier sein. 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 Irgendwo. Gefieden. Yay. Da ist es. Ich wette, da ist es irgendwo. Ja. Ha. Sehr schön. Haben wir schon mal unser Volk ein bisschen beschützt. Jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht mehr Nordkrieg bekommen. Ja, das wird wahrscheinlich so sein. Ja, das wird wahrscheinlich so sein. Wir werden das einfach die ganze Zeit verteidigen und dann ausreiten und... Oh je. Ja, Jamira. Nein, sie wurde getroffen. Nein, nochmals getroffen. Tu doch abblocken. Jetzt sind sie nämlich schon viel stärker. Wenn ihr erst nicht schiesst, mache ich sie kaputt. Schmier an. Geh nach oben, genau. Ich hoffe, du stirbst jetzt nicht. Tja, ja, ja. Tja, ja, ja. Du, 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 du. Frauenpower, Frauenpower. Hm, hm, hm. Hopp. Hahahaha. Sicher nicht so. Nie muss. Da kommen sie schon, die zwei anderen. Noch einer. Schnitzel die Schnitzel. Schnitzel die Schnitzel. Da schon wieder. Hinten sind nicht mehr. Den mach... Dann mach ich den hier oben. Der Schawi. Sie macht's. Er trifft einfach nie. Schmierer, level up. Sehr schön. Und, wo haben wir noch? Hier. Tieren, die tauchen einfach auf. Ploppen auf. Oh, je, 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 je. Das bringt halt nicht so viel. Die sind auch irgendwie gefriest am Anfang. Oder haben einfach keine Mission. Die müssen alle Missionen haben vom Spiel. Und das ist natürlich recht scheiße. Da oben? Nö. Wo gehst denn du hin? Ein Schlückchen trinken. Nein. Nein. Gut. Ja. Haben wir irgendwo Schrott. Das Problem ist... Ah, da haben wir Schrott. Das und das. Ja, das nicht mehr. Okay, schade. Die haben sich noch nicht aufbauen können. Ich weiss nicht, wann wir die zuletzt besiegt haben. Also. Ähm. Ja. Was sollen wir jetzt machen? Zurück gehen nach Emer, hä? Da ist Emer. Gehen wir nach Uxal. Delinat. Ja. Ja. Ja, das ist teuer, hä? Ja. Mhm. Prima. Ah, die Männer. Reisender. Schade. Oh, ein Krummsäbel. Mega schwach. Hab dafür veredelt. Ah, ich brauch ein veredeltes. Ähm. Kriegshackmesser. Das ist wichtig. Widerstand 22. Heftigst. Jan? Verkaufen, verkaufen. Nein. 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 Oh je. Eine Haube. Eine... Ja, die Mütze von einem... Wie sagt man denen schon wieder? Ah, was bin ich jetzt gerade am denken? Ähm... Sag schon. Ich weiss es gerade nicht. Na gut. Ähm... Auf Englisch weiss ich's. War halt ein Clown. Schon lange nicht mehr... Zeitung für Skyrim... Hab ich das nicht mehr gedacht. Das sind jetzt solche Zweiei... Chouker! Auf Deutsch ist's auch schwer. Na gut. Ema. Wie geht es denn Ema? Das wurde ja hochgestuft von der... Ähm... Oh... Plus... Aha, nein. Minus. Hier stimmt. Das ist ja eine Eins. Gut. Aha. Trotzdem. Gut. Wir haben jetzt viele Truppen. Ja. Verwalt dieses Dorf. Rekrutier Freiwege. 14, ja klar. Oh, da... Schweinefleisch. Hm. Also da muss ich mal hier... Aufgabe. Okay. Das muss ich draußen machen. Wähle sie aus. Schon wieder zusammengelegen. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Aber dort sind 22 Banditen gewesen. NINJA-Mädel. Was machen die Banditen hier? Was gibt es denn? Töpferen Worte? Ja, klar. Haben wir Töpferen Worte. Wir sind so auch zu ein Drittel und viel stärkeren Truppen. Und überlegen. Aber irgendwie... Ich mag das Spiel irgendwie wegen dem. Nein, wir brauchen ein Level. Haha. Ja. Oder wir machen es nicht. Wir sollten vielleicht die Gefangenenhand... Äh. Das andere machen. Ja, wir müssen es. Wegen dem Geld. Nur wegen dem Geld. Jaja. Nein, wir machen es. Nur wegen dem Geld brauchen wir es eigentlich. Aber wegen der Moral, also wegen der... Ja, wir wollen schnell sein und so. Ja, wir sind Level Up. Kann ich es... Auch auslassen. Aber ich muss es machen. So, was haben wir denn hier? Alles Schrott. Ähm. Der Charakter. Ich will schon Anführerschaft oder so. Reduziere die Sold um 5%. Anführerschaft. Geht nicht. Was braucht man richtig wichtig? Bogenzugkraft. Charisma, Bogenzugkraft, Bogenschießen. Ist wichtig. Ist wichtig. So. Oh, Jarl Olaf ist minus 2 auf 1 angestiegen. Aha. Beginnt der Übungskampf. Nur eine. Boah. 47 Schalt mit so einem Angriff. Ganz viel Schwung. Aha. Die sind noch mit Ding. Ähm. Samantisches Soldat. Im Krieg. 29 Reputation. Boah. 29 Reputation. Boah. Und ich werde immer besser im Stabkampf. Und ich werde immer besser im Stabkampf. Lass du uns bei den Nyan gehen. 3 Ich mach die Animationen. Hin und an. Hahaha. Das ist doch wichtig. Wo noch? Dort vorne? Uuuuh, im Heuhaufen. Verwundet. Verwundet. Wieso zwei verwundet? 36! Noch neun Tage! Jetzt müssen wir hier bleiben, hm? Das andere Dorf kann uns ein bisschen gestohlen bleiben. Wir müssen hier sein. Sehr schön. Neun Stück! Nein, nein, da hin. Bitte kein Krieg! Ich muss mal speichern. 58. Das. Immer. Machen wir immer. So. Jetzt ist 19. Können wir schön noch ein paar Quests machen, hm? Ja. Ja, die haben. Scheiße. Oh, sieht das cool aus. Heftigst. Fünf. Fünf. Und vier. Boah, ist das toll. Okay. Ah, endlich. Rohdox. Rohdox. Nein, bitte nicht mit Rohdox im Krieg. Demer wird's nicht gut tun. Wir werden nur hier bleiben. Wir werden nicht marschall. Ja, wenn's da noch zum Krieg kommt, ey. Oh. So. Was bekommen wir? Hier. Wir müssen 1600 bekommen. Nichts. Die Quest ist so böse. Da wurde etwas weggenommen. Schön. Schön. Haben wir bald hier die Mühle gebaut. Dann geht's dem Dorf auch besser. Und da müssen wir dann unbedingt den Wachtturm bauen, hm? Graf Tribian, wie geht's dir, mein alter Kumpel? Ja, sicher. Ich lieb die zu verarschen. Gut. Ja, sicher. Lieber vom eigenen Reich. Was soll's sollen? Ja, ja. Eines anderen bösen Volks. Ui. 50. Meisterhaft. Hey. 96. 120. 94. Ah, meins ist besser. Wir haben veredelt. Ist meisterhaft denn besser? Wahrscheinlich schon, hm? Da habe ich hier nicht so viel Brot mit. Und das hier mache ich sowieso oben wieder hin. Haha. Okay, das ist ja nicht so. Stur ist das hart. Schwer. Hm. Okay, nehmen wir doch ein paar Brötchen. Ähm. Röstung. Boah. 37. Queer Buili. Wieso habt ihr Wege erlittert? Wer verkauft das hier? Einer da. Was soll denn vielleicht? König Halios, dich habe ich gesucht. Was macht das Reich? Burg Sunutska ist zu weit weg. Da gehe ich nicht hin. Sunutska. Sunutska. Vielleicht können wir da dort noch hin. Regas. Es ist ne Burg. Nein, wir gehen nicht hin. Es ist nur ne Burg. Tja. Was? Ah, ich geh von Königlechtenort ins Rad. Nach Rodox. Ha. Gehen wir mal zu den Partiten wieder hoch. Ich denke es sind aber nicht mehr viele dort. Sind wahrscheinlich auch irgendwo anders hingegangen. Ich weiß es nicht. Nein. Machen wir das später mit der Level Up. Ah, ich weiß nicht wo das ist. Scheinbar nicht hier, hm? Ah, da haben die schon wieder Krieg. Okay, ja das ist nicht hier, hm? Vielleicht muss es auch wieder ähm regenerieren. Ich möchte doch das machen. Da gibt es gut viel Level für die Soldaten da. Waffenmeister. Waffenmeister. Stärke. Einhandwaffen. Schmierer. Du nimmst Stärke Eisenschwarte Du nimmst Werfen noch So Jetzt müssen wir gespannt sein Wenn wir viel Krieg machen Dass wir Wurfwaffengute finden Der geht natürlich Zurück Einer geht nach Rhodox und der andere geht von Rhodox Nach Nords Nords nach Rhodox Und von Rhodox nach Nords Tauschen die ein paar Sachen aus Ganz loyal und wunderbar Ah 4 vielleicht Gebirgspanditen möchte ich 4 4 5 3 Ja Also lassen wir die Gebirgspanditen noch Und machen einfach hier die kaputt Und ähm Ja im nächsten Part Werden wir dann wieder Ehe immer ein bisschen beschützen Und Quests machen von dort Damit es gross und stark wird Ja Und schauen was es Neues gibt Vielleicht gibt es etwas Neues zum Bauen Eine weitere Entwicklung Von dort Von dem Ding oder so Hm Nein So weit Nein muss nicht Nein Nein Ich muss erst mit dem Tschüss So Ich rede einfach jetzt mit dem Hochdeutsch Wenn ich am Aufnehmen bin Dann muss ich da nicht immer noch Kurz denken Umdenken So Da ist er Wer ist der King Das wäre mega schwer gewesen Wenn ich treffe Das Spiel hat mich nicht ausgedrückt Ja ja Nimm ein paar freilassen Damage Gut Was haben wir hier Ambrose schützen Für Tran Okay Ihhh Sieh in die schrecklich aus Also kurz Einfach schauen Wo das Banditenlag ist Dass man es findet Ich glaube die machen sich Ja die machen sich bereit Für den Krieg Es kann wirklich sein Dass die jetzt Den Krieg Uns erklären Was wir ihnen Ich denke aber Ja Ja Unsere Volk Ist einfach sehr Ähm Aggressiv Irgendwie Was die alles einnehmen Mit mir zusammen Ist ja Wahnsinn Also unser Reich Ist halt jetzt schon Das Röste Das Muss einfach Krieg geben Hm Die machen jetzt Krieg Die schon hier Ah vielleicht Gehen sie einfach Links um Zu den Äh Sanat Säger Kärkigen Hm Sanat Saar Saar